In diesem Video schauen wir uns einmal den Kultursieg von Civilization VI an. Der ist ja auf den ersten und auch zweiten Blick relativ komplex, deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, so die grobsten Sachen zusammenzusammeln und deswegen haben wir jetzt dieses trotzdem 20 Minuten lange Video. Wenn ihr noch andere Tutorials braucht, schaut einfach mal unten in die Beschreibung, lasst gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo da, das würde mich freuen und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das System des Kultursiegs ist einigermaßen komplex, da gibt es einige Faktoren, die man beachten muss. Ich habe jetzt einfach mal ein Save-Game geladen, um ein bisschen schamlose Eigenwerbung zu machen, nämlich das ist das Bombarden Rush Let's Play, guckt es euch bitte an, das Video braucht unbedingt mehr Liebe von euch, also gönnt es euch mal, die Stunde lohnt sich auf jeden Fall, denn ich bin da ziemlich dran verzweifelt stellenweise. Aber egal, wir gehen ja auf den Kultursieg erst einmal. Und zwar seht ihr hier ja einige Punkte angegeben. Und zwar haben wir drei verschiedene, Heimattouristen, unsere Besucher aus jeweiligem Land und die Auswärtstouristen allgemein. So, wichtig ist dieser Punkt, den wir als erst sehen, die Heimattouristen. Die sind noch relativ simpel. Heimattouristen werden einfach pro 100 Kultur generiert. Ihr seht also jetzt schon, weil ihr das letzte Player wahrscheinlich noch nicht gesehen habt, dass Herr Lautaro mich gerade ziemlich in den Boden stampft mit seinen Heimattouristen, was natürlich sehr gefährlich sein kann, wenn man das Spiel gewinnen will. Heimattouristen sind dann eben jeweils einer pro 100 Kultur, wie gesagt. Jetzt würde ich also pro Runde fast einen eigentlich erstellen. Wir sind aber auch natürlich schon, ihr seht es bei der 146. Runde. Das heißt, schon etwas weitergekommen, als man vielleicht haben wollte, wenn man jetzt wirklich auf einen Kultursieg geht. Bedeutet also schon mal als erstes, ihr habt einfach viel Kultur, dann habt ihr auch viel Heimattouristen. Das ist sozusagen auch eure Abwehr, Gegenwehr, eure erste Maßnahme und ein Kultursieg von anderen Fraktionen, also von der KI, was die auch durchaus mal können. Je nach Fraktion, zum Beispiel Lautaro ist da sehr gut drin, zu verhindern. Ihr könnt so nämlich halt mit sehr vielen Heimattouristen einfach niemals die Möglichkeit ergeben, dass eben die anderen Personen so viel ausländische Touristen, also Auswärtstouristen haben, wie diese Person oder wie ihr halt, wenn ihr jetzt viel gehabt habt oder hier Lautaro eben in dem Beispiel, an Heimattouristen habt. Ihr seht, wenn ich jetzt auf die Siegbedingungen bei mir schaue, ich müsste jetzt 214 Auswärtstouristen haben. Lautaro müsste nur 81 Auswärtstouristen haben, weil er einen mehr braucht als Friedrich Barbarossa, als Heimattouristen hat. Ich bin letztes Licht sogar hier. Das heißt, bei mir bräuchte man tatsächlich nur 73 Auswärtstouristen, also Auswärtstouristen im Land, um in meiner Heimattouristenanzahl zu überwinden. Ein kleiner Punkt, den man auch erwähnen sollte oder klein, eigentlich sogar recht groß, den man auch nicht vergessen darf, den ich auch fast vergessen hätte natürlich. Wenn ihr eine Inspiration bekommt, also zum Beispiel hier bei Aufklärung, kostet euch ja die Aufklärung 440 Kultur. Jetzt sind das 40 Prozent. Ich gehe jetzt einfach mal für 50 Prozent auf, damit ich nicht so lange rechnen muss. Würden wir also sagen, die Inspiration würde 50 Prozent der Kultur bringen, würde sie 220 Kultur dazugeben, sodass die Inspiration, die Kulturausrichtung schneller erforscht werden kann. Diese 220 Kultur zählen tatsächlich auch zu diesen Heimattouristen. Heißt, also auch wenn ihr viele Inspirationen bekommt, ist das sehr gut dafür, eure Verteidigung aufzubauen, in Anführungszeichen, oder generell halt einfach mehr Heimattouristen zu generieren. Okay, die Auslandstouristen, wesentlich schwieriger. Also das muss ich ganz langsam und deutlich reden. Wir haben alle euren gesamten lebenslang gesammelten Tourismus, das seht ihr hier zum Beispiel, lebenslang gesammelter Tourismus, 2283, habe ich gegen Lautau gesammelt, durch die Anzahl der Spieler, die am Anfang auf der Karte dabei waren, das wäre hier 4, wir waren mal 4, und das dann mal 200 multipliziert. Also wenn ich 2283 lebenslang gesammelt habe, rechne ich das durch 4 und dann mal 200. Bedeutet also 2283 durch 4 mal 200, also 800. Und damit könnt ihr ja sehen, dass ich erst zwei, wie es hier auch steht, Besucher aus diesem Land habe. Ich bräuchte 2400, um den dritten Touristen zu haben. Jetzt gebe ich euch die Kommentaraufgabe und ich bitte euch die wirklich durchzuführen, damit die Videos einfach ein bisschen mal Push haben. Ihr rechnet mir jetzt mal aus, wenn ich jetzt den vierten Touristen für Friedrich Barbarossa haben würde, wie viel bräuchte ich wohl dafür? Das ist nicht so schwer, ich will einfach nur, dass ihr mir einen Kommentar da lasst. Und wie ich eben angedeutet habe, um eben den Sieg zu erringen, den Kultursieg, braucht ihr im Prinzip einfach nur diese ausländischen Touristen mehr, als die Heimattouristen des am höchsten Heimattouristenhabenden. Das heißt nochmal, der Autorrat ist 213, deswegen müssen wir ein mehr haben, also 214 Touristen anziehen, die in unser Land kommen. Wichtig ist auch dabei, alle Auslandstouristen, Auswärtstouristen werden halt von den Heimattouristen abgezogen. Bedeutet halt, dass sie einfach ihre Koffer packen und dann in die Nachbarschaft oder Nachbarland verreisen. Ich werde nächste Woche ein cooles Video hochladen, und dann könnt ihr mal sehen, dass das sehr spaßig ist, vor allen Dingen, wenn die Leute dann irgendwie in der Antike mit ihrem Koffer, in Anführungszeichen, verreisen, um sich irgendwelche touristischen Sachen anzuschauen. Gut, dann hätten wir das schon mal aus dem Weg. Das ist mit das Schwerste, wenn es rein um die Formulierungen geht. Jetzt kommen die Sachen, die einfach eine Masse sind. Und diese Masse werde ich jetzt mit ein paar Punkten verdeutlichen. Denn wir wollen ja jetzt wissen, ja, bei lebenslanger Tourismus, was ist das denn eigentlich? Ist eigentlich relativ easy, glaube ich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel oben seht, seht ihr Tourismus 48, in Klammern aktuell. Das heißt einfach, pro Runde generiert ihr gerade 48 Tourismus gegenüber Lautaro. Ihr seht warum. Ich habe natürlich oben 75 angegeben, aber es wird halt durch gewisse Faktoren reduziert oder erhöht. Und ihr seht zum Beispiel religiöter Tourismus. Wir haben hier tatsächlich, wir haben hier ein paar Relikte, und diese vier Relikte erhalten statt, dass sie eben sechs haben oder acht, haben die dann 50 Prozent weniger, also vier oder drei respektive. Und ihr seht, es wird nochmal um 50 Prozent verringert. Und das sind so Faktoren, die damit einspielen. Das heißt hier zum Beispiel religiöse Tourismus, wirtschaftliche Aufklärung, also Technologien sind das einfach, dann nochmal verringert. Und ihr seht auch nochmal, wegen unterschiedlicher Regierungen wird das Ganze auch verringert. Das können wir hier unten auch nochmal sehen. Wir haben unterschiedliche Regierungen. Friedrich Barbaross hat selber noch nicht die Aufklärung erforscht. Das ist gar keine Forschung, also das ist eine Ausrichtung. Also hier das, haben wir selber auch noch nicht erforscht. Da ist Lautaro natürlich schon mal weiter. Und das reduziert halt den religiösen Tourismus, das ist wichtig. Nichts anderes. Also alle Tourismus, den wir, und jetzt kommt es ja, wodurch kriegt man noch Tourismus, sonst generieren, ist dadurch nicht geblockt. Ihr kriegt sonst Tourismus durch Weltwunder. Das wäre eben zum Beispiel bei mir, habe ich hier überhaupt schon ein Weltwunder gebaut? Ist eine sehr gute Frage. Ah ja hier, Machu Picchu haben wir gebaut. Ihr seht hier, zusätzlich Tourismus durch die Wunder plus sechs Tourismus. Lebenslang angesammelt, 132. Da ist jetzt gerade kein Tourist zu Besuch. Die Zahl kann man in meinen Augen so ein bisschen erstmal vergessen. Die gucke ich eigentlich auch nie drauf, um ehrlich zu sein. Das ist eher so eine Anzeige. Okay, hier sind zwei irgendwie, die halt wahrscheinlich von Lautaro kommen. Hier ist zum Beispiel einer halt, der von Friedrich kommt. Hier genauso. Also sie einfach das in Anführungszeichen besuchen, ihre Koffer also gepackt haben und zu diesen Gegenden gehen, also die Gebäude gehen und so weiter. Zeig einfach an, ah okay, hier wurde viel lebenslanger Tourismus angesammelt. Ihr seht es unten, 1346. Ich schweife ab. Wir haben im Weltwunder also sechs Tourismus, manche Weltwunder geben auch mehr. Es gibt natürlich auch ganz viele Faktoren, da kommen wir nachher zu, die auch diesen Tourismus eben erhöhen. Und jetzt sammelt dieses Machu Picchu halt Tourismus. Und wir wollen ja einen lebenslang angesammelten Tourismus haben. Der wird hier auch nochmal angeben, 132 für dieses Wunder. Wir haben das relativ spät gebaut. Ich meine, das war schon um 80. Runde oder sowas. Und das hat jetzt halt sechs Tourismus pro Runde generiert. Wichtig ist natürlich auch dabei, wenn ihr jetzt hier alleine wärt, also noch keine andere Zivilisation getroffen hättet, dann bringt dieser Tourismus nichts. Der lebenslange Tourismus ist wirklich nur das, was ihr pro Runde gegenüber dieser Fraktion generiert habt. Das heißt, ihr kriegt den nicht irgendwie nachhinein nochmal aufgestackt oder sonst irgendwas. Diese 75, die da oben jetzt stehen, die hier eigentlich angegeben sind, bringen uns also gar nichts, wenn ich Zivilisation nicht getroffen habe. Ich muss die getroffen haben, damit ich auch wirklich diesen lebenslangen Tourismus ansammel, der eben dann mit der Formel, denkt daran, lebenslanger Tourismus durch Anzahl der Spieler mal 200, also 4 mal 200 wären es jetzt hier, also durch 800 aufgebraucht wird. Nur dann ist es relevant, wenn ich die schon getroffen habe. Das heißt, erkunden ist essentiell. Wenn ihr einen schnellen Kultursieg haben wollt, solltet ihr, gerade wenn ihr eine große Map spielt, alle Zivilisationen möglichst früh gefunden haben, um eben möglichst schnell lebenslangen Tourismus angesammelt zu haben. Das erklärt eben auch ganz einfach diese Zahl zwei Besucher und drei Besucher, weil wir einfach friedlich bei Barossa früher getroffen haben. Ich habe Lautaro in diesem Spiel relativ spät getroffen und deswegen hat er auch erst 2.283, ist jetzt nicht viel weniger, aber trotzdem lebenslangen gesammelt und hier 2.592. Das ist ja jetzt kein extremes Spiel. Ich könnte euch mal Spiele zeigen und wie gesagt, nächste Woche kommt auch mal so eins und ich glaube übernächste Woche auch nochmal. Da habt ihr auf jeden Fall einige Beispiele, wo man das eigentlich nochmal genauer anschauen könnte oder ihr selber einfach nochmal nachvollziehen könnt, wenn ihr es jetzt gelernt habt, dass natürlich die Zahl auch viel größer sein könnte. Und wenn ich dann zum Beispiel innerhalb, sag ich mal, 20 Runden vielleicht 1.000, 2.000 generiert habe und die Fraktion erst danach treffe, ist das natürlich ein deutlicher Unterschied, wenn es halt um diese Besucher geht. Denn ich brauche, wie gesagt, diese Besucher. Ihr seht, ich habe fünf Stück, weil ich eben zwei und drei hier habe, Lautaro hat zum Beispiel 13. Und je früher ich halt damit anfange, also je früher ich die Fraktion getroffen habe, desto besser eben für diesen Output. Und ihr könnt natürlich immer hier rüber gucken, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Ding durchgehen, so eine Heiligenstätte, also Religion bringt zum Beispiel Tourismus, Weltwunder natürlich. Ja, dann haben wir die großen Werke halt hier, die Heldenrelikte, Reliquien an sich. Ihr seht, ich habe sonst gar nichts, natürlich aber auch große Schriftwerke, Kunstwerke, Musikwerke, die Werke, die Werte sind auch immer angegeben. Das sind die Einfachen, die Schweren sind halt sowas wie die Heiligenstätte, denke ich auch fast nie dran, aber eine Religion zu gründen ist natürlich hilfreich, wenn man sie auch wirklich aufrecht erhält, was nicht immer so einfach ist, halt wirklich auch etwas zu produzieren an Tourismus, weil Heiligenstätten sind natürlich Sehenswürdigkeiten. Ist ja heute nicht anders bei uns in der echten Welt, von daher passt das ganz gut. Dann gibt es natürlich verschiedene Fraktionen, die auch verschiedene Bedingungen haben, wie zum Beispiel Lautaro hat ja seine spezielle, da sehen wir doch, die Mapuche haben nämlich die Shima Mühl, ich kann nicht ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist, und die bringen Kultur erstmal in Höhe von 75 Prozent der Anziehungskraft, was schon mal sehr gut ist, weil damit kriegt ihr halt mehr Heimattouristen, deswegen ist Lautaro generell schwerer zu knacken als andere und ihr kriegt halt mehr Tourismus durch Luftfahrt. Luftfahrt ist so eine dieser Key-Technologien aus dem Naturschutz, Computer und so weiter. Da gehen wir nämlich jetzt mal zu den, bevor jetzt jede Einzelne durchgehen, ihr habt jetzt ein Beispiel mal gehabt, wodurch man halt als Besonderheit in den Fraktionen nochmal Tourismus bringen kann. Verschiedene haben halt auch Tourismus mehr durch Wunder, Tourismus mehr durch, keine Ahnung, Plantagen und weiß ich, also das variiert ganz stark, gehen wir jetzt nicht auf alles ein, sonst springen wir hier jeden, wirklich jeden, jeden Rahmen. Luftfahrt ist tatsächlich oft eine Key-Strategie oder Key-Forschung, weil sie viel Tourismus freischaltet. Der ist halt ganz einfach so, ihr habt jetzt Flugzeuge, damit bekommt ihr mehr Reichweite als Tourist, könnt euch mehr Sachen ansehen und dadurch haben sowas wie diese Schimmermühl, also diese Verbesserungen, auch viele andere Verbesserungen, wie Chateau und sowas, haben dadurch dann auf einmal einen Tourismusbonus. Ihr seht es hier, erhaltet Tourismusbonus für alle Modernisierungen, die Kultur einbringen, alle. Die Menge an generiertem Tourismus entspricht der Kulturproduktion der Modernisierung. Da können wir mal das Beispiel hier von dieser kleinen Plantage nehmen. Das muss ich eben sagen, habe ich selber darüber nachgehabt, warum habe ich den Tourismus? Ja, ihr habt hier eine Kultur. Ich habe nämlich das Pantheon, dass es mir mehr Kultur für Plantagen gibt. Das heißt, alle Plantagen hier haben lebenslang, nicht lebenslang, sondern erzeugen jede Runde einen Tourismus und erzeugen das dann eben ein, jetzt gerade nur, lebenslang nur einen Tourismus, weil ich wahrscheinlich gerade erst Luftfahrt abgeschlossen habe, aber dadurch eben jetzt durch jede Plantage, die ich jetzt hier besitze, nochmal Tourismus generieren. Ihr seht es hier überall, da wird jetzt Tourismus erstellt. Das heißt, Luftfahrt ist da schon mal ein Key für. Dann haben wir Computer und da kommen wir nämlich zu den Modifikatoren. Die müsste ich aber jetzt einmal nachschlagen. Und zwar ist Computer relativ simpel. Ihr kriegt einfach 25% Tourismus in unserem Reich. Das geht auch noch bei Naturschutz und Globalisierung. Ne, Globalisierung war es, glaube ich, aber auf jeden Fall hier 25%. Auch einfach wieder die gleiche Logik. Denkt einfach, ich finde das auch ein sehr cooles System. Kann man leicht nachvollziehen. Computer ermöglichen halt globalisiertes Denken und damit auch mehr Attraktionen in fremde Länder und so weiter, wie wir es heute halt auch kennen. Ach, es war Umweltschutz, nicht Globalisierung. Dann gibt es auch noch mal 25% Flat Tourismus. Das sind so die Sachen, die kriegt man relativ leicht. Wenn ihr auf einen Kultursieg geht, müsst ihr sowas auch auf Beeline, also direkt drauf forschen, damit ihr wirklich da schnell hinbekommt oder hinkommt. Und außerdem sowas wie Social Media, weil ihr da nämlich hier diese Online-Communities bekommt. Wie jeden Stadtstaat, die ihr also Seren habt, kriegt ihr dann noch mal 5% mehr Kultur, die ihr sowieso pro Hunde erforscht oder habt. Von daher kriegt ihr euch sehr viele Heimat-Touristen. Sehr wichtig auch, wenn ihr euch dagegen verteidigen wollt und einen anderen Sieg zum Beispiel anstrebt. Ja, wir sind jetzt hier auch noch im totalen Krieg. Das heißt, ich kann euch da jetzt schwer die Sachen wirklich zeigen. Ich kann es euch auch mit dieser Mod zeigen. Das ist Sucrycats Tourism Overview, müsste das heißen. Und hier seht ihr alles noch mal richtig schön handy dandy aufgelistet. Denn da gibt es noch ein paar Modifikatoren. Habe ich eine offene Grenze, was ich natürlich nicht habe, weil wir Krieg haben, mit einer anderen Fraktion kriege ich 25% mehr Tourismus. Habe ich eine Handelsroute, also auch das ist sehr wichtig. Nach dem Theaterplatz sollte eine Handelsroute schon irgendwie euer Ziel sein, wenn ihr wirklich richtig maximiert effizient sein wollt. Bringt auch noch mal 25% mehr Tourismus. Heißt, ihr könnt mit diesen beiden Sachen, wenn ihr wirklich einen schnellen Kultiersieg haben wollt, noch mal euer Tourismus um 50% bleiben. Beziehungsweise 25% und dann noch mal 25%. Nicht flat 50%. Ihr versteht schon, was ich meine. Und wenn ihr halt die gleiche Regierung habt, was wir jetzt zum Beispiel auch nicht haben. Das Ziel ist aber nicht richtig angegeben. Wir haben mit dem Malus solche Regierungen. Wir sind nämlich Handelsrepublik. Wir sind eine Handelsrepublik. Und die anderen sind alle noch klassische Republik. Das heißt, wir kriegen diesen Malus, haben, wie wir hier oben gesehen haben, minus 50% durch die für unterschiedliche Regierungen. Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Safe-Game geladen und das mal ein bisschen zu unterstreichen. Ja, das ist auch eins, was ich durchgespielt habe. Schaut es euch gerne an und guckt euch vor allem diese Yields an. Die sind noch nicht mal optimiert hier, aber ist das lecker. Das ist einfach so lecker. Guckt euch das an. Naturschutz macht echt Spaß in dem Spiel. Und das ist natürlich immer noch Stichwort, wir wollen gleich mal noch kurz auf den Naturschutz eingehen und dann reicht es eigentlich am Beispiel. Sonst würde das nämlich jeden Rahmen springen. Wichtig ist hier aber, wir haben hier auch Luftwahl erforscht, aber halt nicht auf die Falle rein, die ich selber tatsächlich auch gar nicht mehr gedacht habe. Diese Felder geben uns alle nichts an Tourismus, was natürlich extrem bitter ist, aber es folgt der ganz einfachen Logik. Nur die Modernisierung geben uns Tourismus. Das heißt, hier geht es eher über den Naturpark beziehungsweise die Anziehungskraft, die eben auch eine große Rolle spielt. Und ihr seht, wie wunderschön unser Reich ist. Und das bringt auch ganz viel Tourismus. Allerdings gehen wir das einfach mit diesem Naturschutzgebiet durch, nachdem wir hier einmal den Mod nochmal angeschaut haben. Jetzt seht ihr ein bisschen mehr von dem Mod. Ihr seht auch wesentlich mehr Informationen. Hier habe ich zum Beispiel hier bei Arabien schon vergessen, da nochmal offene Grenzen zu machen. Ganz großer Fehler, sollte man immer machen. Ihr seht aber jetzt mit diesem Mod, also ich empfehle ihn euch wirklich, wenn ihr da noch ein paar Probleme habt, seht ihr ganz genau, was ihr schon mal offen gehalten habt. Ich habe zum Beispiel Persien und Schottland sowohl offene Grenzen als auch Handel und mit Ägypten offene Grenzen. Ich habe auch eine andere Regierungsform, die aber nicht mehr so viel Minus bringt. Da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachschauen. Es geht aber einfach zu weit. Ganz ehrlich, da könnt ihr auch nicht so sehr drauf spielen. Da kann man natürlich Min-Maxen, aber muss ich nachschauen, warum das jetzt so Minus 2% sind, beim anderen Minus 3% ist eigentlich auch egal. Nur, dass halt wissen, die andere Regierungsform bringt auch Malus. Wir wollen es nicht übertreiben. Und dann seht ihr hier in diesem Mod auch sehr schön aufgedröselt, wie viel ihr halt pro Runde bekommt. Ihr seht die Auswirkungen. Hier zum Beispiel haben wir ja keine Handelsroute, also 509 pro Runde. Und hier unten kriegen wir 579, weil wir eben auch die Handelsroute haben. Hier kriegen wir 582, weil eben die Regierungsform nicht so viel Malus bringt, wie jetzt zum Beispiel bei Persien. Wie gesagt, wir wollen es nicht zu klein klein machen, von daher, nehmt es einfach mal so auf. Und jetzt seht ihr halt, wie viel Runden ihr braucht mit diesem Mod, bis ihr wieder einen fremden Touristen bekommt. Zwei Runden. Ist englisch, ich weiß, aber trotzdem, ihr seht oben Foreign Tourist from them in two turns. Das heißt, wir würden tatsächlich in zwei Runden wieder einen bekommen. Ihr seht auch wieder angeben, wie viel ich produziere. Das ist ein bisschen was anderes und ihr seht 582 pro Runde. Das ist verdammt viel beim 147. Zug. Ich meine, geht noch besser, aber geht schon. Und wir haben 11.486 produziert. Und hier seht ihr ja genauso viele Heimat-Touristen, die hier raus sind. Ich produziere jetzt schon 433 pro Runde. Das heißt, ich kriege vier pro Runde. Ägypten seht ihr aber auch, ist auch recht stark, hat 300 pro Runde und ist deswegen auch mit dem Heimat-Touristen sehr weit vorne, während die anderen tatsächlich nicht so viel produzieren. Mittlerweile geht's, aber ihr seht zwar Sperr sind sehr wenig pro Runde, dadurch eben auch geringe Heimat-Touristen. Okay, haben wir das auch abgehandelt. Dann gibt's noch die Natur, die Naturschutzgebiete, die sind relativ simpel. Also außer das Bauen der Naturschutzgebiete, da müsst ihr darauf achten, dass keine Modernisierung drin ist, dass die atemberaubend sind, ne mindestens, ich glaube, bezaubernd sind als Stelle. Keine Modernisierung, das muss einer Stadt gehören, in den ganzen Bereichen. Immer diamantenförmig und am besten Berg drin ist am einfachsten und Berge pushen, nämlich Anziehungskraft. Wir gehen aber jetzt nicht noch komplett auf Anziehungskraft ein, die wird durch verschiedene Sachen gebufft, also verbessert oder verschlechtert. Wälder gut, Dschungel schlecht, Minen schlecht, Berge gut und ja, viele andere Dinge interessiert ihr jetzt keinen, sonst wird es wirklich albern. Und dieser Naturpark hier ist relativ, oder Nationalpark ist relativ einfach zu berechnen. Alle Punkte, die ihr durch die Anziehungskraft bekommt, sind einfach euer Tourismus, den ihr bekommt. Das heißt, ich meine, Bezaubern ist 2 an Atemberaum 3, ne, hier sehen wir ja, Atemberaum ist 4, das heißt, ihr würdet hier, weil die alle 4 atemberaubend sind, 6 sogar hier, also das kann auch noch höher sein, ab 4 ist man glaube ich Atemberaum, war schon ab 3, ist nicht so schlimm. Also 6, dann hätten wir hier nochmal 6, das heißt 12, das heißt hier haben wir 4, sind 16 und hier haben wir nochmal 5, das sind 21 Tourismus pro Runde. Das stand glaube ich hier auch irgendwo eben, gerade wenn ich das mal schauen konnte und zwar könnt ihr das hier unten sehen, wenn ihr auf das Haupthaus geht, da seht ihr Tourismus plus 21, ich habe also richtig gerechnet und habe auch korrekte Informationen von dem Civ Forum. Übrigens will ich da einen riesen Shoutout an Booktube aus dem Civ Forum machen, denn der hat das wirklich super aufgedröselt und daher nehme ich meine Informationen, damit ihr das, naja nicht kurz, aber zumindest recht handlich vor euch habt und das ganze System zu verstehen. Es gibt dann natürlich auch noch als letztes und da gehe ich auch nicht korrekt komplett auf einen, weil das ist so kompliziert, das müsst ihr euch wirklich, keine Ahnung, da denke ich selber auch nicht drüber nach, weil ich da keinen Bock drauf habe. Die Rockbands natürlich. Rockbands haben natürlich auch nochmal ganz spezielle Bedingungen, die haben wir ja noch gar nicht freigeschaltet, aber Rockbands sind halt nochmal je nachdem, was sie Musik machen, welche Upgrades sie haben, auf wem sie treffen, welche Modifikatoren dabei sind, nochmal ganz crazy. Die solltet ihr einfach, immer wenn ihr Kulturspiel macht, am Ende einfach bauen, wenn ihr genug Glaube habt. Ich zum Beispiel könnte jetzt hier rauspushen, aber hauptsächlich einfach über Naturparks hingeplatscht, weil das einfach mehr Spaß gemacht hat. Aber Rockbands könnt ihr nutzen, um einfach so einen letzten Push zu machen. Das heißt, ihr schickt die einfach aus, wenn ihr genug Glaube habt und haut rein. Da solltet ihr nicht so sehr drüber nachdenken, weil wenn ihr diese Tabellen seht, die da das irgendwie ausrechnen korrekt, dann habt ihr keine Lust mehr. Das könnt ihr mir glauben. Das, glaube ich, was wir jetzt schon genannt haben, ist ja genug. Das heißt, ihr habt diese Key-Technologien, Naturschutz haben wir noch gar nicht erwähnt, aber Naturschutz ist eben auch eine von diesen Key-Technologien, weil auch hier oft was mit Tourismus kommt, zum Beispiel Tourismus durch Stadtmauern, auch Stadtmauernbauung kann dann helfen, Tourismus durch verschiedene Modernisierungen, die spezielle Zivilisationen haben und so weiter und so fort. Das reicht aber eigentlich erstmal, um das Ganze zu verstehen. Deswegen lassen wir es einfach mal hier stehen. Wenn ihr irgendwo noch Fragen habt, könnt ihr ja Fragen stellen. Ansonsten hoffe ich, dass klar geworden ist, was eigentlich das maßgebliche ist, um Kultursieg zu erringen, worauf man achten muss, was man bedenken muss, um eben voranzukommen. Der Theaterplatz ist natürlich Key Nummer 1, das sollte euch klar sein, aber jetzt könnt ihr besser abschätzen, was verdiene ich eigentlich, was muss ich tun, um konkret diese Werte zu pushen und was muss ich konkret tun, um wirklich die Siebbedingungen zu erfüllen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like, ein Abo da, das war auf jeden Fall ein bisschen Recherche und ein bisschen Arbeit und ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut einfach mal in diese Videos rein, wenn ihr noch mehr Tutorials, Playthroughs oder sonst was von irgendwelchen Strategiespielen sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.